Also erstmal riesen Kompliment an die Kulisse, an die Leute. Woche für Woche sind die da und ich glaube, das war einfach jetzt mal das, was sich der Verein auch verdient hat. Auch wir als Team, wir haben echt gut jetzt mittlerweile zusammengefunden, wird immer besser und das war auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Test jetzt für unsere schweren Wochen, die wir jetzt vor uns haben und ich glaube, man hat das heute gesehen. Wirklich in Bedrohung kamen wir nicht und ja Hut ab, Top-Leistung. Ich glaube, das braucht man nicht zu beschreiben. Wir sind hier nicht hergefahren, um zu verlieren. Wir wollten schon ins Pokalfinale und in der vergangenen Saison war schon im Halbfinale Ende. Es war noch unglücklicher als in diesem Jahr mit dem Ausgleich in der 88. und dann Elfmeterschießen, aber natürlich wollten wir auch dieses Jahr wieder den Schritt machen, um ins Finale zu kommen. Von daher ist es schon sehr deprimierend. Wir wollten gewinnen, wir wollten weiterkommen. Das haben wir geschafft. Das ist schön, es ist besonders. Ich freue mich sehr, auf jeden Fall. Wir haben es jetzt zum zweiten Mal hintereinander ins Halbfinale geschafft. Ein paar Mal waren wir im Viertelfinale oder im Achtelfinale. Sind meistens ziemlich unglücklich rausgeflogen. Heute war es auch unglücklich, obwohl es sich eindeutig anhört. Jetzt 3 zu 1. Aber ich denke nicht, dass wir in der ersten Halbzeit sehr viel schlechter waren. Aber die beiden Gegentore vor der Halbzeit, die waren natürlich sehr, sehr bitter. Und dann wird schwer hier. Altona stand hinten relativ gut und war es relativ schwierig durchzukommen. Es fällt mir im Moment schwer, etwas Positives da rauszuziehen. Ich hätte lieber grottenschlecht gespielt und 1 zu 0 gewonnen. Damit befasse ich mich momentan nicht. Dieser Sieg pusht uns nicht. Dieser Spiel war einzeln betrachtet. Die wichtigen und interessanten Spiele sind die Playoffs. Die Playoffs in die Regionalliga. Das Finale ist das Momentum. Und das Aufstiegsspiel. Die Aufstiegsspiele sind sehr, sehr wichtig für uns. Und ich hoffe, dass wir alle Mann an Bord haben. Wir haben heute auch wieder ein paar, die nicht so berücksichtigt werden konnten. Wichtige Männer wie Hadid. Auch Trenel, der im Moment gut drauf ist, der leider wieder weggebrochen ist. Ansonsten wünsche ich mir sehr, dass alle wirklich topfit sind auf diese Spiele hinweg, die wir sozusagen vor der Brust haben.